Willkommen zurück bei Let's Play Dead Space Hallöche So, sorry, ich hab grad ausversehen, die Aufnahme heute Wochen ohne, dass ich's gemerkt hab So, ähm, ja, meine Freundin ist auch dabei und ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen Wir müssen hier hin Bereiten wir uns darauf vor Ich kann dich erschießen, dich nicht allein lassen mit dem Spiel Ah, ja, genau Ja, es wird heute, wenn ich wenn meine Freundin mir nicht zu oft den Arm anhaucht wird heute ein bisschen mehr aufgenommen Entrittwagen Achso, ich dachte schon, ich hab mich erschrocken Okay, ich soll da lang, also geh ich da lang Entritt Schwerelosigkeit Äh Ich muss mich, glaub ich, beeilen Ich weiß aber grad nicht, wohin Kannst du doch rüber? Ja, ich kann darüber, aber Ich weiß noch nicht ganz zurecht, wohin ich soll Komm ich von da? Nö Ende der Schwerelosigkeit Ende der Schwerelosigkeit Okay Umgegends, es sind jetzt immer weniger Lags, weil ich immer, bevor ich jetzt aufnehme, mein PC neu starte Okay 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 Das ist absolut dick, ey Ich schrei jetzt gleich Ich renne jetzt hier einfach durch Ich weiß, ich kann nicht mehr rennen Ja, ne, ich hab Angst Ich laufe jetzt einfach mal So Wo zum Teufel Das Ding sieht böse aus Okay Scheint's nicht mehr zu Leben Im Bass für Kannst du dieses Gedärmviech da eigentlich irgendwie beschießen? Ähm Heiß, die ganze Wand ist heraus, so ob ich das jetzt beschießen kann Ähm Okay, wir sollen da hinten lang also gehen wir hier lang Oh, wie sowas mal lieber Ist hier irgendwo ein Schacht? Natürlich ist hier ein Schacht Klar Ja Der Text muss belüftet werden Könnt ihr euch den Text auch gerne durchlesen So Oh, warte, ich hab Ein wenig Angst Oh, ich will mich wettrecht schreien, dass hier das kommt Was ist denn hier ein Knoten? Nein, doch Was warst du schon hier dran? Hatten wir das vor Lüftungsschächten? Weiter geht's Hm, okay Warum geht der jetzt so krüppel? Ich will lauf, rennen Kann ich drin Auf dem Ficht Oder was auch immer das ist Kannst du, glaube ich, nicht rennen Tatsache Das liegt an dieser Ecke hier Aber hier kann ich nämlich wieder rennen So, ich soll Runter Hm, gut, will ich nicht Noch so ein Versorgungsraum Bei dem bestimmt nichts passieren Tempo hier Der Antrieb ist im Arsch Ich kriege ihn nicht gestartet Und bei dem Scheiß, der hier abläuft Deutet alles auf Sabotage hin Ich gehe jetzt zur Brücke Und dann suche ich ihr Litterbeth Ich muss sie vom Schiff schaffen Hier ist es nicht sicher Jo Mach du mal Kommt doch bestimmt gleich irgendwas Das ist viel zu ruhig Jo Gehen wir mal weiter Nein, nicht ihr Scheiße Irgendwem wird da wehgetan Ach, richtig Ich habe mir beim letzten Nur ein nützes Ding hier gekauft Der stört da so Würde ich das wissen Okay, ich nehme an Dass wir nach unten sollen Habe ich recht Ja, aber Ja, ich gehe erst hier rein Ich weiß Du hast bestimmt noch mehr Von den kleinen Babyfizionen Medipack Das ist der Hör bitte auf Dich zu bewegen Danke Okay Das Gestöne kam wirklich von unten Was wir da machen müssen Ist klar Ist hier nicht noch irgendwas Sieht stark Äh, nicht stark aus Da ging es mal lang Hier können wir in der Gegend Ist das Ja, wir können mit einem Energieknoten Die Tür Aufmachen Und finden Credits Projektile Ganz viele Sachen Inventar voll Ha, witzig Okay, wir gucken mal Das war eben in unserem Inventar um Was wir denn alles hier so haben Wir haben Schema Medipack Energie für Ripper Wir haben viel zu viel Strahlen Munition Apropos, dann können wir auch mal Strahlen Munition benutzen Ähm Luftkollister klein Luftkollister klein Ah, Leute Was liegt da nochmal auf dem Boden, Impuls Ja, das würde ich gern haben Das Impulszeug Ja, ich nehme ein Medipack Weil ich gerade eh nur halbgeben habe Ist jetzt auch egal Ja, komm noch aus, wenn du willst Ich schrei da nur kurz Dann tötig dich Gibt's nicht noch eine andere Nein, da kann eine andere Die wohl doch Links Nein Doch Du bist doch mit von dem Beustuhl Oh, lecker Ja, das ist, wenn sie recht Ah, Strasseberg Ohne Strasse Station Ohne Strasse Station, das ist ja Gerade zu erwarten, bin ich ganz ehrlich Oh, Gott, das Alter Strasseberg, ja, Strasseberg, Strasseberg, Strasseberg Strasseberg, ähm Tja, würde ich Eigentlich gerne mitnehmen Du hast ja noch einen Strasseberg Ja, Strasseberg ist ja zum Auffüllen der Strasse Energie während, also zwischendurch Ja Weil das ja eine Strasseberg Ich bin Oh Gott Okay Übrigens, ich hatte das noch nicht verlangsamt, falls du das nicht gemerkt hast Ich warte nicht, ob das Ding wieder läuft, damit mir von hinten nichts querekommen kann. Nee, Viecher sind ja die Liebsten. Warte mal, wie ging das nochmal? So. Ja, dann geh ich auch hoch. Ah, geht doch. Ich geh langsam, ja, ich weiß.